... der ganzen Welt. Ich denke auch für das Bankenpersonal und das kaufmännische Personal. Als langjähriger SPD-Mitarbeiter bin ich selbstverständlich auch Gewerkschafter des SEV. In vielen Ortschaften der Schweiz wird heute dieser Tag mit Feierlichkeiten und Reden verschiedenster Persönlichkeiten selebriert, unter anderem auch hier in St. Gallen, Herr Ledergerber, in der Grabenhalle, zu...